Sie sehen das Pendel. Alles andere verschwindet. Schlafen Sie. Schreiben Sie mir, was Sie sehen. Es wird etwas Schreckliches passieren. Lara von Schönfeld, das Mädel von der Seance. Spurlos verschwunden. Warum macht er nicht? Warum? Sie sind größer als alles, was wir uns je erträumt haben. Sieh! 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 Kaiser Franz Josef von Gottes Knapp. Die Völker des Reichs werden frei sein. Schießen Sie sie. Keine Spur. Bleibt so kaiserlich können wir nicht nach mir führen. Von hier an jetzt wird eine neue Epoche der Weltgeschichte herausgehen. Du wirst gejagt. Holen Sie mich hier raus! Zeigen Sie, dass Sie keine Angst haben. Ich habe keine Angst. Verändere die Welt. Sei Sigmund Freud. Nummer 3. Es ist es. Teil 1. 巧se Knapp. Vielen Dank.